hallo und willkommen zurück auf meinem kanal und erst mal eine armeise hier ja okay das war jetzt nicht geplant und dementsprechend gehen wir noch ein stück zurück hier also ich habe hier heute einiges vor und das bedeutet ich will den boge chip nach versuchen zu bekommen und wenn das nicht funktioniert bzw auf dem weg dorthin werde ich noch diverse sachen einsammeln denn ich habe mich dazu entschlossen diverse dinge herzustellen und zwar brauchen wir grobes seil in massen sozusagen wenn der marcel wunderbar tolle kommentare hat mich darauf hingewiesen dass mein kiesesperr vielleicht doch ein bisschen ja wenig schaden macht und am liebsten würde ich mir die ameisenkeule machen problem ich nehme an da brauche ich die krieger ameisen für also brauche ich erst mal die ameisenrüstung und dementsprechend dachte ich mir ich mache mal dieses hier grobes sei zweimal diesel stachel fünf ok ja marcel hat mir auch geschrieben die dieseln würde ich entsprechend relativ flink kriegen und ich denke mal dahinten ist eine da würde ich doch mal hinlaufen wir können ja nicht die ganze zeit rumstehen habt ihr da ist die gaswolke das mache ich nicht und dann brauchen wir eine neue da hinten ist auch wieder eine nehme ich jetzt mal an und rüssel käfer ist das richtig moment das hört sich nicht gut an ja 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 kommt schon wieder vergessen damit das fängt ja nicht besonders gut an hier ok gut den haben wir jetzt nicht wirklich haben warum habe ich die abgelegt so den auch noch okay wir beginnen gleich so viel action das war so gar nicht geplant wieso hört die musik nicht auf ok also irgendeine gefährdung ist hier glaube ich noch ok weiter 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 ui bringt muss ich langsam auch wieder das heißt geht das auch mit sperr wunderbar das mit dem trinken haben wir schon mal die dieseln müsste da hinten sein das klingeln über auch noch welche mit ja meine taschen besonders leer ist das ok ob das wohl glühirnchen sein sollen naja etwa sie achte so jetzt hat er mir geschrieben ich könnte mir die stacheln einfach so und ja so komme ich mal gucken kriege ich hier stacheln in den fahrzeugen stecht mücke okay ein stecht mücke ich denke mal die ist uns überlegen das lassen wir mal aber ich glaube ich könnte die einfach entnehmen ja ja lass mich ruder gut in der zahl ist voll alles klar ändern war inventar bist du mögen pilz legen wir ab ja nein vielleicht irgendwas lege ich jetzt hier erst mal ab das da so nähend nicht nein fallen lassen so dann was können wir noch war worauf kann man noch verzichten ich würde sagen ich würde sagen wenn ich nicht wirklich okay ja nein immer dasselbe so okay zwei drei vier fünf reicht uns das schon moment ja fünf stück noch schnell kontrollieren ja ich weiß da ist irgendwie was grobes sein nur noch gut grobes sein zweimal dazu richtig ich kann nicht nur fünferstapel mitnehmen na komm so ist das ja auch ihr kriegt euch mal ordentlich wunderbar ich mir die beute wenn es denn klappt ich stehe hier irgendwie relativ sicher sehe ich gerade das fühlt sich zumindest relativ sicher an gut ist ja schön okay diese keule so ist die keule nee stachelsprössling ja diese stache okay wir haben immer noch keine pflanzenfaser das heißt muss hier runter okay lauf ich habe noch nicht mich getroffen und was trifft mich glaube ich jetzt soll ich hier warten bis einer von den beiden verloren hat die frage das wollen brauche ich sowas momentan denke ich mal nicht ich will jetzt auf jeden fall meinen nein herstellen so ja die muss ich natürlich immer noch machen moment halt okay also rumstehen ist keine gute idee aber zum glück bin ich ja hier in der nähe sehr schön und das ist auch in der nähe oh nein lauf 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 kleiner piet äh noch eine lauf 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 ui okay weiter 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 und mal die map aufmachen ich lauf in die richtung ah nein das ist keine gute idee echt moment das ist doch gas hier oder oh oh nein okay so wie es aussieht komme ich da nicht einfach hin ich brauche die gasmaske alles klar okay ich würde sagen wir treffen uns gleich an der werkbank wieder oder nö jetzt und habe ich alle hergestellt ja und was ich muss ja noch mal einen rucksack holen nein wo ist er da oh oh sehr schön wissenschaft 100 punkte yes wunderbar na wenigstens ein erfolg heute uh stimmt ja den rucksack bräuch noch ja 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 lauf ausgerechnet heute so viele internetprobleme gehabt sprich keine verbindung und und dementsprechend ist es ziemlich spät also entschuldigung dafür dass heute wieder mal ein bisschen später geworden ist lauf lauf gehen wir ins wasser ja das ist die idee uff okay das sieht momentan gut aus oh hm grobes seil wieso habe ich grobes seil jetzt nicht wie war das doch gleich hä ich hatte doch grobes seil hergestellt Moment hm hm so die still haben wir noch oh wir zahlen nur noch eins irgendwas lege ich ab oh wenn was lege ich ab jo die das ist eine gute idee oh wie doch denn immerhin wir haben ja die besseren und dementsprechend haben wir da einen Platz so also Pflanzfasern her ja ist das schon wieder so das haben wir ja gerade abgelegt Pflanzfaser Pflanzfaser kommt schon immer dasselbe wenn man es braucht findet man es nicht Sprüßklinge die brauche ich noch nicht und ja 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 oh etwas das fliegt es hinter uns her äh äh nix nix und da uh bin hier mehr auf der Flucht heute das gibt es doch gar nicht äh und eigentlich wollte ich heute noch damit beginnen mir die Basis aufzubauen und das sieht gar nicht so gut aus momentan äh äh ja nur viel Zeit muss sein äh naaa lauf ok ich hab verstanden äh oh uff so lauf 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 nicht hier weit so gut bin ich hier richtig glaube ich und ok nein 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 ah ok das war keine gute Idee alles klar wo ist mein Rucksack ist mein Rucksack da und da bin ich ja völlig falsch gewesen naja Pflanzenfasern nicht hier Pflanzenfasern ist das nichts wo ich hier auch immer gerade bin aber das uah nein die lassen wir schnell schlafen sind wir schon zweimal gestorben jetzt muss mal gut sein oh lauf uuh noch eine so boah was denn der hier ist nein hey ja Marcel hat mir auch erzählt am Zaun sind die hauptsächlich na klasse nein 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 lauf oh lauf kleiner Piet wieso was ist hier los ist so gar nicht geplant hier ja echt jetzt alles klar wir sehen uns an der Werkbank so gut da bin ich wieder an der Werkbank ich bin endlich zurückgekommen einmal noch mal kurz geschlafen wir haben es wieder hell juhu wunderbar und ja dann werden wir doch jetzt mal endlich das Seil herstellen so sieben Stück könnte ich herstellen insgesamt nach dem ah ne nicht sieben Stück nein verfügbar so ja endlich herstellen und ausrüsten ok ja der Stachelsprössling ist leider nicht ganz so gut wie die Amazon Keule allerdings auch langsamer allerdings macht er auch mehr Schaden wie der Kieselsperr und deswegen ist die Geschwindigkeit denke ich mal nicht ganz so interessant gut ausgerüstet habe ich den ja nö warum nicht achso Winter voll ja das müssen wir jetzt einmal ändern das geht so nicht weiter ey 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 so was haben wir was können wir alles ablegen die hier äh ne nicht ablegen alles nehmen was hab ich das jetzt hier wieso passiert bei alles nehmen nichts kann ich das hier rüber ziehen ja noch besser so die lassen wir auch hier äh und was war das ähm ah ja das brauchen wir diese Käfer rüssel zwei Stück ok mhm nö ähm das lasse ich nicht hier das lassen wir hier mhm Spinnbrocken lassen wir auch hier Spinnenseide oder ne Netzfaden ok dann was haben wir hier Ameisenkopf und Ameisenbrocken ja das bringt uns auf jeden Fall schon mal näher aber ich glaube nicht dass das eine gute Idee ist in die Kriegermeisen rein zu laufen und raten hier alles wo ist das jetzt hin ich sehe es nicht hm gut dann ebenso ok 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 ah mein Speer nein meine Rüstung meine Rüstung jetzt hin jetzt hin und ist natürlich nur im Inventar wo ist das gebratene Fleisch ah da ok verbrauchen das können wir hier noch ordentlich reparieren was brauchen wir haben wir da sehr gut den Helm können wir den auch reparieren jo ah dafür war das ok den Hammer äh die die Kieselachs ist jetzt glaube ich nicht so wichtig unsere Brust wo ist das ob es sei ok dann holen wir uns noch ein bisschen Pflanzenfaser und die stehen immer an der selben Stelle glaube ich sehr schön da sind noch mehr zurück zum Glück bleiben die Kleeblätter dort liegen beziehungsweise wachsen nicht nach und achja da Stachelsprass legen knappen gut dann wollen wir den natürlich auch noch ausrüsten oh bis jetzt da ist er ok ausrüsten Jui ja ok der ist schon groß der könnte natürlich schon ein bisschen Schaden machen aber ich meine das steht ja auch da und ich muss schon wieder trinken oh man Moment halt ich wollte doch noch was anderes herstellen und zwar dieses hier nochmal grobes Seil alles klar nein uh ok uh gut ähm ja was wollte ich gerade machen was war das ach ne den Helm haben wir das haben wir den hier wollte ich doch reparieren oder gut den brauchen wir zweimal und und den wir halt alle her halt da so das sollten wir nämlich halt die legen wir erstmal rüber und halt aber ja ja das baue ich hier ja und deshalb können wir auch gut 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 und ich habe noch viel mehr Durst jetzt ok also auf zur Getränkepackung schnell was trinken und na komm 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 so die Schraube würde ich doch eigentlich auch herstellen na machen wir gleich noch einfach noch ein bisschen was Pflanzenfaser an Pflanzenfaser mitnehmen ja 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 ich weiß ich weiß ja die Zeit ist ich mehr wir sind wir da winken jetzt ok jetzt holen wir uns noch ein bisschen Brüsselkäfer ja sehr schön das geht gut also um Längen besser wie vorher wie es aussieht kann man davon gar nicht genug haben also einstecken was wir kriegen können was da da haben wir noch mehr und da werden wir glaube ich noch ein paar Ablegen halt ich stecke schon wieder so was was war das nicht eben ein Brüsselkäfer wo ist er wo ist er egal weiter so dann noch fix zu sehen dass ich Madenhaut kriege boah dafür brauche ich dringend die Schaufel die Eichelschaufel oder Eichelspaten das war es doch jetzt gleich äh erstmal ist er im Winter das ist alles in Ordnung gut wo will es sein überhaupt da stellen wir mal ein paar her so das sollte reichen und die Schaufel so da haben wir so eine Eichelschaufel die haben alles da juhu wir stellen uns ausrüsten joa super das sollte ich vielleicht nicht tun nochmals Inventar da die Keule ja ok machen wir mal ein bisschen auf 1 ähm die Schaufel kann ich die hier auch ausrüsten geht das ja gut warum habe ich jetzt die Axt nicht mehr ausgerüstet hm und 2 ist dann die Schaufel wollen wir doch mal gucken dass wir jetzt hier eine Made finden wenn so eine Trinkflasche wäre vielleicht ganz praktisch nehm ich auch noch welche mit wenn ich sie schon habe zum Greifen nachher ähm was ist das Problem Made also dieses wühlende irgendwas was sich hier durch den Boden bewegt sollen Maden sein ach du hast das Fleisch brauchen wir jetzt nicht oder nö aber was zu trinken wäre natürlich nebenbei auch nicht schlecht wenn ich es finde beim letzten Mal ist ja hier sogar eine Made durch den Stein ge... ja weiß ich nicht hat sich durchgebuddelt hm wie du ruhst mich ich soll dich hauen ich möchte aber gerade nicht nein 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 da ok dann nehmen wir die 2 mal gucken wie das funktioniert was ah nein ah nix da treffe ich den nicht ach also noch einmal sterben ist jetzt so gar nicht toll ja geschafft uff moment Inventar habe ich einen Platz frei ja ok aufnehmen nicht wie beim Marienkäfer dass es dann plötzlich nicht mehr geht Larvenklinge aha hu ok aber Larve ist doch nicht gleich Made oder guck mal hier Säuredrüse das war doch dann aber nicht hab ich da nicht gesehen eine Made und dann der Käfer das probieren wir gleich nochmal so wo ist sie da komm aha ja noch kann ich sie nicht mitnehmen dann hauen wir nochmal drauf power ja ok nein andersrum so gut dann nehmen wir die mal auf wie viele haben wir man haut einmal ja ich brauche noch eine mindestens rüsselkäfer rüsselkäfer ich wollte das Schild vielleicht auch noch bauen rüsselkäfer brauche ich rüsselkäferfleisch noch viermal und madenhau zweimal nebenbei nehmen wir hier noch ein bisschen mit den Pflanzenfasern mit ah ja hier trinken so ja ich habe es nicht genommen ah vorbei egal so so sichere Trinkquelle hier ja oh noch mehr wo und eine zweite Made muss jetzt her leider nicht leider nicht da ist noch eine ich hoffe das sind nur eine Made ich bin ganz schön langsam hier mit der Keule wo ist jetzt mal normale gibt es doch nicht was werde ich denn da schon wieder was werde ich denn da schon wieder was werde ich denn da schon wieder da ist nichts ne die sammeln wir jetzt nicht ein seht ihr eine Made ich sehe gerade keine oder da ja da ist eine wahrscheinlich zumindest ja oh ist das oh nöpf nein die ist mit mal hin da ist voll okay da nehme ich dich jetzt auch mit achso Inventar ist voll okay 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 Moment ach ich lege euch ab oder ja ja reinlassen gut okay was nein und wo ist Fliegenfleisch irgendwie da immer noch voll oder schon wieder aber ei 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 was legen wir denn ab das müssen wir noch analysieren das 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 ich habe jetzt habe ich so schön viele sachen gefunden die rosen nachkommt den schmeißer weg ja ups so haben wir hier noch mehr kiesel brauchen wir nicht und den sparten haben wir ja so okay super nicht schon wieder kämpfen so gut was keine mann hat dabei was kann ich noch ablegen was brauche ich gerade nicht tja da bleibt nicht viel das brauchen wir doch brauchen wir auch das Fliegenfleisch das möchte ich eigentlich auch nicht wegschmeißen ah ja das lassen wir fein ist egal schade aber egal so quazit ja haben wir ja gerade hingeschmissen sind wir da noch wo ist man fleisch was fleisch ich wollte die haut ach komm schon aber da nein Fliegenpelz ah da sind sie uh das würde ich sagen ist eine recht kämpferische Folge heute gewesen und moment jetzt suche ich erstmal meine Basis hier naja da die Richtung dann wollen wir mal schauen ich glaube für das Schild brauchte ich die Werkbank drum erstmal hinlaufen und dann sehen wir weiter ansonsten ich werde jetzt auf jeden Fall noch den Schild herstellen und mal gucken ob ich den ausrüsten kann ah ne das geht ja jetzt nicht hm aber ich möchte ihn herstellen du willst unbedingt haue komm hm kann ich nicht Sklaven der Schild der war hier das Schild ja den können wir sogar herstellen was passiert ja zweihändig Waffe bedeutet natürlich das geht nicht aber ich will ihn auf jeden Fall mal haben haben und Escape funktioniert wieder nicht schade Leute Leute also dafür dass das Spiel schon so lange da ist finde ich ist das ein bisschen viel an Fehlern hier analysieren das machen wir auch noch schnell ja ok während ich analysiere würde ich sagen ich hoffe es gefällt euch was ihr gesehen habt nehmt dann noch ein Abo mit und ah wir haben vier sogar na gut ok kommentiert bewertet ah 20 Punkte wieder jao Käfergummi ok was auch immer das bedeutet so Larve Wanddeko brauchen wir nicht Flüssigzorn ja was auch immer kann ich hier nicht sehen nein und das war äh der Madenschleim Liegenpilz das ist wichtiger letztendlich beides gut schicke 20 Punkte yes wunderbar Smoothie Küche konnte ich den nicht schon vorher doch oder doch meine ich hatte ich schon ja gut analysieren kann ich den jetzt nicht mehr ok gut ja wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen nehmt einfach ein Abo mit kommentiert bewertet so wie es der Marcel auch macht wunderbar ganz hervorragend ich freue mich jedes mal und beim nächsten mal geht's weiter ciao